So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play, der Binding of Isaac Rebirth, nämlich ist die Afterbirth und nämlich ist die Afterbirth Plus. Ich finde es mir nur der Euro Boom 36 und wir machen nun hier spannend weiter in diesen Runden. Wir sind dabei immer noch, ein Delirium zu finden. Und wir werden auch hier dann das Land starten, wahrscheinlich, weil Delirium wird wahrscheinlich für das erste Mal auftauchen, schätze ich mal ganz schwer. Und Husch müssen wir auch noch schaffen. Wir haben noch so viel vor uns. Eine Bombe, yeah! Ich würde mich echt nicht wundern, wenn hier der Heimgang wäre. Da ist er auch, okay. Aha. Da möchte ich gerne hin, aber ich komme nicht hin. Soll ich denn da hinkommen? Wollte wahrscheinlich eine Kart oder sowas. Aua! 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 So, jetzt mach ich hier mal Bummen. Also ne Bombe leg ich da hin, mein ich. So. Jetzt krieg ich noch nen zweiten Schlüssel, das ist nicht super. Boah, ist das so ne Karte wie der Hangman oder sowas? Oder ein Shampoo oder sowas. Aua. Toll. Okay. Nein, halt nicht. Warte mal, warte mal. Das gibt mir doch Flügel, ne? Genau. Das heißt, das hole ich mir jetzt schnell, was ich da will. Wie soll ich jetzt hier schießen? Haha. Geil. Ich find das so super. So. Okay. pool. Warte mal, hab ich keine... Ich hab's auch nicht mehr zum Aufladen oder sowas. Ach, come on. Was ist das? Nichts sind volles Sockey. Ich glaube, ich habe auch nicht genug Münzen. Warte mal, ich muss kurz was nachprüfen. Nee, ist gar nicht dabei. Okay, dann halt nicht. Okay, so. So, noch ein Herz für mich. Cool. So, dann noch der Gegner. Hör auf auf mich zu schießen. Was ist das denn jetzt? Warte, 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 warte. Kann ja jetzt auch fliegen. Warte. Das muss ich jetzt machen. Moment. Oh ja, geil. Du darfst bloß nicht mit dem abhauen. Das ist total dämlich. Na ja, egal. So, komm her, komm her. Halt, warte, ich muss schon mal noch die Münze da unten ein. So. Und ich habe ein Herz mehr. Ja. Toll. Ich habe versucht, ich habe eine Bombe. Aua. Meine Güte. So. So. Aua. Na toll. Pff. Are you a wizard? Nein, ich bin kein wizard. Drei Herzen gleich, okay. Oh, mein Fuß schläft ein. Oh, ich hasse, ist denn das passiert? Oh, scheiße. Das hört sich schon scheiße an. Aber Poma, ich habe euch noch gar nicht gezeigt. Wenn man sich auf den Spiegel stellt, kann man seine Form ändern. Haha, sehe ich anders aus. So. Und ich darf einen Spiegel helfen. Ich habe mich ja gehört. Lass mich einfach nicht passiert. Oh, ich habe ihn nicht gesehen. Ich hab mich alter. Okay, lass. Oh. Oh, ich war nur das nicht. Wines. Oh. Oh. Oh, ich bin ein Spiegel. Oh, ich bin ein Spiegel. Oh, ja. Ich bin ein Spiegel. Oh, ich bin ein Spiegel. Okay. Okay. Oh, ich fäll' grad auf, ich hab ne Bombe! Oh, sei wann? Lemon Party! Okay. 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 Oh Gott, der Chariot. Okay. Ah, meine Füße. Warum schlafen meine Füße ein? Das ist echt schlimm. So, ich muss wieder in den Itemraum gucken. Ich hoffe, dass das hier der Geheimgang ist, aber ich hab halt keine Bombe. Mal wieder. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, Boss kann ich noch schnell machen und dann ist der Part voll Ja, der kam auch mit dem neuen Add-On dazu Hier, jetzt muss ich erst mal den, die Spinne machen, ne Oh man, oh man Oh man Nervt nicht, okay, gut Gut, dann springe ich jetzt noch schnell ins Loch, weil wir haben ja eh nix Och, ich schweißen, ich weiß das, ach, es verschweißen wir mal was um, es ist ja echt schlimm hier, so, okay, okay, ah, dada-dam, das ist irgendwo treffen lassen kann man auch nicht, dass wir in den Challenge Raum kommen, außer wir bomben uns selbst, aber das wollte ich auch nicht, ich machen, okay, gut, dann, ab ins Loch mit uns. Und hier machen... Okay, wir machen jetzt noch hier schnell bumm beim Spiegel. Was haben wir hier drin? Something's wrong. Okay, dann machen wir hier weiter im nächsten Video. Also bis dahin, ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.